Mao und Stalin, Vertreter erbarmungsloser Grausamkeit. Millionen Menschen mussten unter ihnen sterben, trotzdem gelten sie als Helden. Der Osteuropa-Geschichtler Dietmar Neutatz kennt den Weg Stalins zur Kultfigur. Das beginnt mit der Zuweisung von Titeln. Er wird 1929 zum Führer ausgerufen. Dann wird diese Titulierung noch gesteigert zum Waisenführer, zum Waisenvater, zum Genie, zum Inspirator der Siege. Stalin wird oft gemalt, weil sich so der Idealtyp konstruieren lässt. Zu Mao, sagt der Sinologe Daniel Lese, dass dieser den Personenkult erst einmal ablehnte. Anders als Stalin hat er Verbote erlassen, dass also keine Straßen, keine Fabriken nach ihm benannt werden, dass keine Statuen gebaut werden. Das Ganze ändert sich dann mit dem großen Sprung und der Kulturrevolution, als es aber im Wesentlichen sein Umfeld ist, was ihn als die röteste rote Sonne in unseren Herzen inszeniert. Wenn ein Mensch zur Kultfigur wird, kann das innerlich Probleme bereiten. Wie bei Stalin. Manche gehen so weit, ihn als Psychopathen zu beschreiben, dass selbst im engsten Führungskreis gegen ihn Verschwörungen im Gange sind und dass er ständig auf der Hut sein müsse, nicht gestürzt zu werden. Stalin hatte große Angst um sein Leben. Das Volk hatte Angst vor Stalin. Niemand konnte sicher sein, bis hinauf zu den höchsten Funktionären, den engsten Freunden und Gefolgsleuten Stalins. Auch die mussten rechnen, dass sie erschossen werden oder dass Familienmitglieder erschossen werden. Auch in China musste man vorsichtig sein. Hier war unter Strafandrohung gefordert, in ständigem Dialog den Willen der Partei zu ergründen und umzusetzen. Das führte zu einer permanenten Dynamik auf den unteren Ebenen, die im Wesentlichen auch für Angst gesorgt hat, weniger jetzt vor der Rache Maos persönlich, sondern diese Standards nicht einzuhalten und dann eben auch möglicherweise Konsequenzen in Form von Verbannung, Arbeitslage oder was auch immer zu vergegenwärtigen. Wenn Stalin und Mao die heutige Politik in China und Russland kommentieren könnten, dann fände Stalin durchaus Positives. Ihm würde gefallen, dass Putin wieder Ordnung hergestellt hat in Russland nach den unklaren Verhältnissen der 90er Jahre. Ihm würde gefallen, wie Putin gegenüber dem Ausland auftritt, nämlich sehr selbstbewusst mit der klaren Formulierung russischer Interessen. Auf chinesischer Seite wäre Mao mit den heutigen Machthabern ganz und gar nicht zufrieden. Mao wäre relativ konsterniert, wenn er sich das heutige China anschauen würde, denn im Wesentlichen war seine letzte große politische Amtshandlung die Kulturrevolution, der Versuch, alle Formen kapitalistischen Denkens auszurotten. Und nach seinem Tod ist eben genau das eingetreten, was er befürchtet hat. Mit Xi Jinping haben sich immer wieder jetzt Hoffnungen von Altmaoisten verbunden, dass er möglicherweise den Weg zurückfindet zur sozialistischen Revolution und Maos Nachfolger wird. Aber insgesamt wäre ihm sicherlich zu wenig Klassenbewusstsein und auch zu wenig Wagemut in vielerlei Hinsicht vonseiten der politischen Führung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017